Einen harten Clou. Ich hab gerade mal eben einen Stift geholt. 9, 8... Hey, weißt du was? Du bist so schlecht. Du bist so schlecht. Man muss das... 9, 8, 4, 6. Schreib's einfach in den Chat rein und dann kannst du's jederzeit anschauen. Hm, auch nicht schlecht. Ja, einfach besser. Schlapp dein Gehirn schon hin und her. Ich musste eigentlich alle... Der Hackfleisch hacken, der Zerhacker, what the fuck? Das ist Spongebob. Der Hackfleisch hackende Zerhacker, Nervenspor... Der Hackfleisch hackende Zerhacker ist aus Spongebob. Und jetzt geht's rund. Ich schon, ich bin viel Spongebob. Ich schon. Ähm, lauf weiter und ignoriere mich. Okay, mach ich. Los, zähl mit. 0, 1... Oh mein Gott. 2... Ich lecke durch die... 3... Warte, ich weiß schon, was als nächstes steht. Ach, verdammt. Und ist es schön nervig? Ja, ist es. Ich nenne es den verrückten Macher. Cool. Oh, cool, wir sind da. 9, 8, 4, 6. Ich weiß es sogar noch. Ich auch. Ja. 4, 9, 8, 4, 2. Falsch. Ich frag mich, was passiert, wenn wir falsch draufdrücken. Kannst du ja mal so aus Spaß machen. Wow, 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 wow. Oida, oida, ich bin da fast gestorben, weil ich in ne Wand war. Quest 11, betrete den Slime-Tempel. Oh, heart. Geil, bitte sind da Schleim. Ne, da sind keine, da sind keine Slimes. Da schleimen wir rum. Ich muss noch mal kurz chill mal. So, ich muss ja immer mal wieder Pause machen, ne? Ich glaube, ich... Näh. Hey, hier sind Schafe und Schweine. Hier ist was. Ne, ich esse nichts. Hä? Fail! Hier ist Quest 11. Überlebe den Tempel. Wo denn? Chill, ich seh's nicht. Wo? Geh doch rein. Geh rein. Irgendes Hausraum. Hey, das wird verschwer. Wollen wir zum Safe Point machen? Ja, machen wir uns ein Safe Point. Safe Point ist immer gut. Aber, hey. Und wir cheepen uns auch mit Chest. Ja. Weil, wenn du da bei der Lava stirbst, bekommst du dann sollte man machen. Also, wir sind so harte Cheater, ey. Ich weiß gerade mal gar nicht. Warte, ich schaue mich um die Chest. Warte. Chest liegt. Es liegt ne Doppeljust vor mir. Ja, 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 mach ich erst mal. Ja, gib mal her. Okay. Hey, das leckt so rum. Ja! Ich... Gesundheit. Bitte. Hast du jetzt während dem Niesen dein Game Mode geändert? Die obere Hälfte ist meins, würde ich mal sagen. Okay. Ich hab endlich geile Zeug hier. Oh, ich hab 40 Diamanten. Wäh, mein Mikro ist voll Rotz. Wäh, das wollten wir gar nicht hören. Okay. Hey, wieso hab ich ne Schiene? Wieso hast du ein Diamant-Helm? Ich sag doch, es ist ein Diamant-Helm. Du bist so ne Nutte. Mach dir doch auch ein. Fick dich, ey. Du krasser Gangster. Ich glaub, wir brauchen noch ne Chest. So, das ist alles, was ich jetzt mal mitnehme hier. Ich hab ein bisschen Essen noch. Ich nehm gar... Ich nehm gar nichts mit. Die 50 Pfeile sind da mein Check. Oh, ich nehm ja, ich nehm Pfeile und Bogen mit. Die, äh... Hä, wo ist mein Bogen? Der ist doch da. Hä? Der Bogen ist weg. Ne, der ist doch da. Bist du blind? Mein Bogen sieht aus wie ein Schwert. Ja, ich geb dir mal deinen Bogen. Hier, hast du deinen Bogen. Warte, du musst da runter. Fick dich mal. Hier, hast du deinen Bogen. Cool, ich hab nen Bogen. Ja, das ist dein Bogen. Ich nehm, ich nehm nur 20 Pfeile mit. Ich nehm 32 Pfeile mit, ne Schwert und den Bogen und, äh, ja. Du bist so dumm. Ich hasse dich. Was ist das? Die 50 Pfeile, da können wir. Die können die 24 da. Okay, machen wir Gruppenkuscheln. Haben wir schon geschlafen? Kann das sein? Haben wir schon? Ne, haben wir nicht. Aus dem, ich hab jetzt 25 Pfeile im Inventar. Ja, ja, ich weiß schon. Ja, und was heißt denn, dass die 50 Pfeile deine sind? Wieso hast du überhaupt so viele Pfeile? Ja, von dem Dispenser. Du musst dich nur reinlegen, wir müssen... Eigentlich auch zur Hälfte meiner. Du hast ja auch Wehre vom Dispenser. Du hast ja auch Wehre vom Dispenser. Ja, aber... Ja, du hast doch meine gekriegt. So, ich wette, wir sterben gleich beim ersten Versuch. Nö, nö, ich bin schon durch. So schwer ist das gar nicht. Oh mein Gott! Schub, zieh mich da nicht rein. Gehst du da runter? Ja, chill mal, ich muss mal wieder kurz Pause machen hier, weil die Slack wieder rum, weil der Armin was nicht wieder mit ins Internet gekannt ist. Oh mein Gott! Der ist so eine Nutze. Chill mal. Und ich ficke weiter. Oder wir ficken weiter, je nachdem. Ey, hier ist geil. Und das müssen wir schaffen. Hey, da, da, da ist ein tiefer Drop, wenn man das nicht packt. Da geht's runter, ich weiß. Willst du? Da? Okay, dann geh noch mal zurück, weil dann hab ich keinen Platz. Ja, aber ich kann jetzt hier nicht zurück, sorry. Oh. Okay, da gibt's jetzt einen Anlaufsprung, warte. Ich mach eh mal meistens bis Anlauf. Yes! Ich hab's geschah, haf, ich hab's geschah, haf. Oh, wir sind so, ich jetzt... Nein! Wir sind so gut! Vor allem... Da kann man aber runterfliegen. Oh, ich brenne. Da, 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 da. Hä, und wo ging's hier jetzt runter? Achso, hier. Überall. Äh, und was ist mein Zeug? Ja, warte. Also, hier, du kriegst hier erstmal das Schwert und dann war's das auch schon. Und da liegen noch Pfeile. Ja, die liegen hier. Ja, ups, fuck, ich hab Sachen kaputt gemacht. Ja, passt schon. Oh, ich hab Bretz da angefangen. Ich muss erst noch hochfliegen. So, ich würd mal sagen, ich war direkt, äh, hier. Ich würd mal sagen, ich fang nochmal von vorne an. Ey, ich, ich scheiß jetzt drauf, ich lass mal kurz den Game Mode drin. Ja, okay, ich auch. Aber nicht fliegen. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Und jetzt mach ich ihn wieder raus, obwohl. Ne, mach ihn wieder raus. Ich, 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 ich fang auch wieder von... Aber hier oben, jetzt... Du willst nicht wissen, was hier oben ist. Ja, ich schaust mir dann gleich an. Da kratzen wir so 100 pro ab, das kann ich dir gleich sagen. Hey, eigentlich haben wir ja schon den Quest gescheitert. Hey, das ist mir auch passiert wollen. Du, ich bin da am Rand runtergefahren. Ja, mei. Hallo. Ich hab ne Höhle gefahren. Aber bei mir leckt's grad rum. Und das will niemand sehen und deswegen gibt's wieder... Wieso war ich da hinten auf so ne Puls? Okay, ich mach nochmal Pause. So. Weiter fucking hier. Bist du schon da? Ich bin gleich... Oh, da ist... Das ist echt schwer. Obwohl es geht eigentlich, aber wenn du stirbst... Ja, ich hab's geschafft. Nein, jetzt hab's keinen Bock mehr. Ich fliege jetzt einfach hoch. Ich hab's geschafft. Ich hab's auch geschafft, aber ohne Schlaf. Da passiert nichts. Ich hab die Platte schon hochgefahren. Ja. Okay. Ja, ich... Das ist nicht schwer. Fail. Nächstes ist nicht so schwer, aber... Herr Sochter da. So, jetzt aber. Und jetzt kommt der nächste Scheiß, aber den Versuch hier, jetzt ohne... Ich auch. Aber das ist zwar genau so, ungefähr. Jetzt schon halt schon ärgerlich, wenn man alles verbrannt wasser. Das geht. Ich hab's überfach. Ich hab's überfach. Ich hab's überfach. Oh, 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 oh. Hier kann man ganz unterfallen. Hier trinkt die, glaub ich, wirklich. Ich hab's überraschend. Ich hab's überraschend. Fuck, was soll'n der Scheiß? Finde den richtigen Schalter. Warte mal, besser noch nicht. Ich hab auch auf dich gewartet. Ich hab automatisch den richtigen Schalter gefunden. Warte, ich glaub, es waren alle richtig. Nö, ich glaub nicht. Warte mal. Nee, waren nicht alle richtig. Doch. Aber nicht alle, nur ein paar. Hart, ich geh aber so hin, hau einmal drauf. Richtiger Schalter. Das sind Kürbisse. Nee, ich weiß. Ich hab's auch schon gesehen. Oh, das ist ein Chest. Hidden Chest. Hidden Chest. Hey, haben wir nicht noch so viele Sachen? Aber wir haben noch vor dem Tempel Sachen deponiert. Ich hoffe, die können wir nachher wiederholen. Achso, das ist so einer. Der will nicht, dann fliegen wir wieder zurück. Und was ist hier der Scherz? Ah, cool, das mache ich auf der anderen Seite. Wie soll denn das gehen? Das ist so easy. Ich häng fest. Du musst nicht mal währenddessen springen. Ich weiß. Das ist ja das Geile. Ja, weil's bei mir wieder rumleckt. Du brauchst gar nicht währenddessen springen. Ja, aber ich muss ja irgendwann springen. Nee, es leckt so rum. Sorry, ich muss noch mal Pause machen. Das regt mich so auf.